Heute geht es bei uns um das neue Multitasking. Ihr könnt es einfach durch einen Doppelklick auf den Homebutton öffnen, seht dann das aktuelle Fenster und könnt die App, die ihr nicht mehr haben wollt, nach oben rauswischen. Und das Beste ist, es funktioniert auch im Landscape-Mode. Untertitelung des ZDF, 2020